Mit 17, da bist du nicht vernünftig. Du träumst. Und du hast eine Wahnsinnsenergie. Niemand kann dich aufhalten. Also es gibt immer eine Anzeige. Je nach Hersteller erscheinen zwei kleine rosa Punkte, ein kleiner weißer Punkt oder... Muss jede von uns einen haben oder sind die wiederverwendbar? Oh nein, nein, man braucht jedes Mal einen neuen Test und sie sind auf gar keinen Fall wiederverwendbar. Also gut, dann nehmen wir, ähm... Zwölf. 560 Euro vor der Geburt und 748 gibt's danach. Wenn wir zusammenschmeißen, können wir uns eine Riesenwohnung nehmen. 16 Jahre Abstand, absolut ideal. Wir sind viel näher dran, wir verstehen sie. Sie wachsen wie Geschwister auf. Es ist alles in Ordnung, alles gut! Soweit uns heute bekannt ist, sind wir bei 15. 15 schwangere Mädchen an ihrer Schule und da tun sie nichts? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020